heute was geht ab leute hong hier auf dem weg zu meinem muterate zum ersten mal ein x raid hier bei in der arbeit in unterföhring ihr könnt hier schon die straße sehen jemand hat okay die sind gerade ausgegangen aber jemand die waren auch an jemand hat eine spur gelegt zum x raid aber bevor wir da hingehen beziehungsweise auf dem weg dahin holen wir uns unser aktos ab okay das war nicht unser aktos moment hier oben das ist unser aktos so 2000 staub 5 ultrabälle 3000 ep und 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 12 20 leider nicht der von letzter woche war glaube ich irgendwo im 30er bereich ich steuere ich mal ganz kurz ab und dann fange ich mir das aktos so 56 oder 57 ist ein hunderter also ganz weit entfernt mal schauen gestern ging die einladung los für euch dann wahrscheinlich vorgestern ich das video erst morgen hochladen neue zeiten normal kommen die immer 1945 bis 1955 aber da kam sie irgendwie 21 21 auf 5 irgendwie sowas und am mittwoch das hat ein tag vor dem nächsten expert ist normal ist die regel immer zwei tage vor dem nächsten expert und er kann es ist wieder für donnerstag also alles sehr verschwommen was dann endlich gemacht so gefangen aber müsste nicht allzu besser satz defense ich schau mal kurz wie gut der von letzter woche war ich kann mich nicht mehr erinnern aber ich glaube echt irgendwas im 30er bereich sind genau 33 zu 15 war der erste 33 der zweite 20 der dritte ein versuch haben wir glaube ich noch welcher sind heute 21 jetzt erst mal auch zum youtube der kommt nicht rein der kommt nicht rein aber zum glück hat das nicht die gelben betroffen die gelben machen als letztes kann hier noch chillen habe versucht einen livestream zu machen live aber hat nicht so geklappt obwohl ich top internet habe frisch für den neuen monat er fragt mich nicht ist ende des monats aber mein internet läuft nicht genau wie der monat sondern ist bisschen anders auf jeden fall frisches internet aber hat trotzdem nicht funktioniert konnte mich nicht einloggen ja und das stream an sich war auch nicht so top konnte die kommentare gar nicht so lesen und sowas aber wir nehmen es ja jetzt auch für euch also schauen wir mal ihr seht wahrscheinlich eh nix aber hier am youtube so Jetzt kämpfen ein paar mit dem Gesteins-Test total. Ist komisch, wurde mir auch ausgewählt. Haben wahrscheinlich gerade den Wetterbonus. Drei Stück davon habe ich. Ich muss mal mein Mewtwo-Team aktualisieren. Also das Team gegen Mewtwo. Ich habe hier eigentlich drei gute Mewtwo. Und Mewtwo eigentlich sehr gut gegen Mewtwo. Schon gleich erledigt. So. Schauen wir mal. Werden 100 Euro gewesen? So ist der. Welch einer. Welch einer. Mewtwo. Oh, Mann. Sollte Ja, da ist er, mit der gelben, diesmal. Schauen wir uns mal alle Mewtwo an. Ich glaube, den hatte ich noch nicht, aber den wollte ich auch nicht. Erster Satz, KP Strong, okay. So, das war übrigens Mewtwo Nummer 14. Irgendwas hat mich hier gestochen. Tatsächlich, den hatte ich noch nicht. Da habe ich vielleicht alles. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 2, 9 und 2, 1. Eieiei. Das war es von mir, von meinem Arctos, von meinem Mewtwo Raid. Beide nicht der Knaller, aber schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Habt ihr ein gutes Arctos gefangen? Habt ihr ein gutes Mewtwo gefangen? Keine Ahnung, wie ich auf Mew komme. Alles unten in die Kommentare, aber das war es von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen wie es so ab. Vor allem das über Regi-Eis, denn ab heute ist Regi-Eis am Start. Also, ich wünsche euch viel Glück. Und folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht. Pokémon is serious business.